Ich bin ja 65 Eintreter, war jetzt zuerst Disponent und dann war ich Einkäufer und am Schluss von 75 bis 2005 habe ich Handelsware gekauft, also die Armature, was das Haus Erhard nicht hergestellt hat, die habe ich noch von allen Wettbewerbern gekauft und so weiter. Es war ziemlich viel. Herr Gut, Erhard war ja damals bekannt als guter Arbeitgeber und so weiter und da haben wir ja hier in Heideheim, wo ich gekommen bin, knappe 1200 Mitarbeiter waren wir hier. Versuchsanstalt hatten wir gehabt, da haben wir 10 oder 15 Ingenieure waren dort und da hat man auch viele neue Produkte entwickelt, Patente bekommen, Gebrauchsmuster und so weiter. Und wir waren ja damals Marktführer in Europa und kann man sagen in der ganzen Welt, also Erhard, die haben ja alle, wir haben ja alle Armature selber gemacht, selber entwickelt. Und dann hat man die verkauft und da, ich habe es ja schon gesagt, da ist auch Geld verdient gewesen und da hat auch viel für die Mitarbeiter übrig gehabt. Da hat es ja damals immer noch Kartoffelgeld gegeben für die Kinder, Kommunion und Konfirmation hat es Geld gegeben. Zum Fußball sind wir viel, das habe ich auch immer organisieren, nach München, Bayern München, da war ich auch ein Fan. Und dann sind wir immer in der ganzen Belegschaft mit dem Bus gefahren, Heinz hat alles bezahlt. Und wenn wir privat gefahren sind, dann hat er uns hinterher, wir waren ja auch immer dort, hat er uns immer hinterher eingeladen in München zum Feinkostkäfer. Dann sind wir um 11 Uhr nachts zum Feinkostkäfer rein, um drei morgens raus und dann haben wir uns aber erst mittags um eins hier anfangen. Ja, der war noch sozial eingestellt. Ja gut, dann hat man ja auch eine Sportgruppe gehabt hier in der Firma Fußballwerkself. Da hat man gegen Lieferanten gespielt, gegen Kunden und so weiter. Und dann hat man einen Pokal ausgespielt vom Skat und so weiter. Da war ich Schiedsrichter und so weiter. Und das ganze Ding, ja gut, habe ich ja schon gesagt, war ein Mädchen für alles. Ja, die Schiffe, die waren doch Vertriebsreise. Ja, in der ganzen Welt, Südamerika, Afrika, im Iran unten hat man viel früher gemacht. Ja gut, und da hat Geschäftsleitung auch viel Wert draufgelegt und so weiter. Wenn Geschäftsbriefe raus sind oder Bestellungen und so weiter, hat einfach kein Schreibfehler drin sein. Ja gut, ganz, ganz früher hat ja alles, jede Bestellung der Chef unterschrieben. Der hat ja Barge gehabt von Postmama, der Einkaufschef. Und gut, wo ich nachgekriegt bin und so weiter, Stellvertreter war und so weiter, habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Eine Bestellung, da hat man ja noch nicht viel paar E-Mail rausgegeben und so weiter. Kann ja nicht sein, dass man Bestellungen wegen 50 oder 100 E-Mark, dass die der Chef unterschreibt. Und dann hat man so Dinge eingesetzt, so eine Staffel und so weiter bis 5000 E-Mail rausgelegt und dann schreibt der bis 50 E-Mail rausgelegt und dann hat auch Geschäftsführung, haben dann bloß noch Aufträge gesehen, wo über 200.000 E-Mark, die man nach Hause vergeben hat. Oder noch Bausachen, wenn man große Maschinen kauft hat, das hat man auch noch die Dinge unterschrieben. Ja gut, da liefen die Geschäfte schlecht, ging der Umsatz zurück und so weiter. Und dann hat man auch kein Geld mehr gehabt, hat müssen Geld aufnehmen, für die Lieferantenrechnungen bezahlen und so weiter. Und dann haben wir halt am Schluss die Banken nicht mehr mitgemacht. Und dann ist man ja zuerst verkauft worden an die Deutsche Armaturen AG und dann später an die Heiko. Das war nicht gut, als wir das verkauft haben. Da ist schon Misstrauen aufgekommen und so weiter. Da haben sie gesagt, was ist jetzt da los und so weiter. Aber gut, hinterher hat man auch erfahren, dass am Geld geklemmt hat und so weiter. Und dann ist uns nichts anderes übrig geblieben. Aber gut, es war so, wenn man damals mit den Mitarbeitern gesprochen hat, hätte man die Firma vielleicht selber kaufen, Mitarbeiter, Geld reinbringen und so weiter. Aber das hat man alles nicht wollen damals. Nicht, dass die Mitarbeiter die Firma gekauft hätten, dann wäre praktisch jeder Teilhaber gewesen. Dann habe ich für die Dienstleistungsfirma gearbeitet, auch für andere Firmen ein bisschen was gemacht. Und dann habe ich hier im Haus die ganze Sache organisiert. Kundentage, Lieferantentage, Weihnachtsfeier, Einweihungen und so weiter. Und dann habe ich auch Arbeit gehabt, das ganze Jahr über. Na gut, ich war halt auch mit der Firma so verbunden, mit den Mitarbeitern und so weiter. Das schönste Erlebnis, dass man immer hat dürfen. Dass man immer zum Fußball gehen darf. Ich war auch Fußballfan und so weiter. Dass man hat auch immer durften gehen. Und wie gesagt, der große Chef hat ja auch was übrig gehabt. Und praktisch, da war nicht nur ich betroffen, sondern auch andere Kollegen. Gut, dann haben sie auch immer gesagt, du organisierst das und jedes Mal darfst du mitnehmen. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich habe auch die Arbeit damit. Ich habe gesagt, das nächste Mal organisieren sie. Ja gut, und das war bei uns in der Abteilung auch immer schön. Da war ein richtiger Zusammenhalt da. Da hat man auch immer Sommerfeste gemacht, Weihnachtsfeiern, wie man in der Abteilung immer gefeiert hat. Ja gut, dass die Firma halten bleibt hier und dass es wieder aufwärts geht. Dass man vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeitsplätze schafft. Das wird ja nicht wenig, das wird ja nicht mehr. Du musst die Firma bauen ja ab.